So, hallo und herzlich willkommen zurück zu its play first futile und ich habe gerade gesehen ich habe hier das ding so ein bisserl falsch eingestellt und zwar craft xy und ob das ist definitiv zu wir ich muss hier kraft antel machen dann funktioniert das ganze auch hier auch hier kraft antel so macht so lange bist du jetzt 20 stück davon hast welche auch macht so lange bist du nicht 1000 bis 20 stück davon hast jetzt so viel bist du 20 stück davon hast so dann themen nämlich auch arbeiten und sind wesentlich produktiver bei ihrer arbeit sitzt passt und hat luft so muss das ganze nämlich sein so können wir nämlich weitermachen und sagen okay wir haben unsere minearbeit und so ein komplex die bauen wir noch ein bisschen weiter aus und sagen an gleichen stellen noch dass die leute erst mal schlafen geht so weit ich anfangen fange ich zu schlafen dankeschön was ist der halb auf der plan tool oder meines arbeit 6 stone ok hier kann ich den kleinen warum nicht extra steine warum nicht machen wir doch sage ich nicht nein dazu kann man gleich mal gucken ob er vielleicht bis das immer in der tat haben wenn man automatische steine abbauen können dann müssen wir so quasi nun laufen so zehn stück davon und die ganz langen bretter denn warum eigentlich auch nicht so lebt wir hauen da mal ein bisschen drauf und ich freue mich schon wenn der nächste kommt die wurden klappt ist broken und ist natürlich doof aber ich weiß ich werde jetzt wir haben da noch eine wir haben doch hier irgendwo eins gehabt auch nicht doch nicht ja okay gut dann hat doch nicht in der free source ist warum hast du nicht genug ressourcen weiter bis noch was machen muss weil die steine brauche ich glaube ihr habt natürlich weapons mills von was wir hier wir haben genug forschung für was anderes ok waschen guten wo es und der kräfte wünschen wir machen gut aus ich möchte ein häuschen bauen warum eigentlich nicht wird mein zimmer noch am machen kommen aber auch noch gemacht ok wer sagt uns auch klar wie man sachen zerstören kann aber das märchen rausgefunden das haben wir schon rausgefunden wer ist du hier gut kata warum wahrscheinlich unwahrscheinlich jede menge holz oder nicht mal nicht mal aber ok moment wir haben jetzt nicht eine achse mal aber die achse noch mitgenommen wir haben die achse mitgenommen passt noch ein bisschen steine steine für werkzeuge und dann sind auch etwas besser dabei und ich hoffe mal dass jetzt noch nichts durch ja hier ist gut alles gut sein zumal gemacht wir werden dann nehmen wir noch mal ein bisschen steine da muss man laufeln uns anstrengenzen oder das ist wie auch ich habe das ist das nicht so gut sonst war ganz über aus und ich kann eine noch schlechte ich meine ich bin mit einer anderen Seite mentale und ich bin mit einer anderen und sie hat wissen bei 110 angekommen es bringt was man intelligenter besser wird das bringt es auf jeden fall noch ein bisschen was acht stück hier hat es recht von anfang das reicht mal von anfang mit dem schwertum aber mehr davon einpasst schon so weit was du sollst und ob checkt jetzt unbekannte meine spitzhacke darauf einschlagen so richtig ungern sogar okay wer ist denn wenn wir bauen production wird mensch to light armor im weapons chest haben wir haben und workbench haben wir wir haben noch gar nicht okay wir haben wir noch gar nicht das heißt wir stellen war für einmal hier und einmal dorthin und danach machen wir eine küche und die küche mit feuerplatz sogar sowieso schon die kann man doch bestimmt hier in bauern oder warum ein kleines küchenhäusler hin auf jeden fall in die küche eingebaut dazu kommen wir auch noch wie immer eine kleine truhe weil finde ich ist nie verkehrt ja tut direkt jemand damit arbeiten kann man das mal ausprobieren und ich glaube habe ich den genug da macht ich habe nicht genug da momentan okay aber kann ich denn hier drauf einschlagen wie jeb das geht das geht okay dann bauen wir den krein noch hin das low space in chest und low space in meinem magen sowieso schaut so zum tag zum menschen ein bisschen voller holz haben bis zum umfallen du hat zwar bis zum umfallen und wir nehmen jetzt mal die hier mit ich glaube da haben wir es von anfang vielleicht ein bisschen besser geeignet für das ganze hier und jupter verbauen wesentlich weniger energie und sind etwas flotte unterwegs bei der arbeit schade das muss doch ganz mal gucken aber nicht irgendwie die übersicht über unsere leute hier haben wir hier aus dem mann wird karte wird karte warrior okay aber ich mal sagen wir brauchen auf jeden fall die du hast ein verdammter und externe die welt eigentlich du bist unser nicht unser waffenschmied und nahrungsmittel kannst eigentlich du hier sein und vorher hat doch warum nicht sie wird sogar sinn ergeben eine komische anweise würde das sogar sinn ergeben haben wir keine bretter mehr dabei das müssen mehr als gleich ändern wie wärst du mit stück noch ein paar mehr machen wir ein paar stück mehr habe ich jetzt keine nein ich habe keine steine mehr was bist du weibst mich nein du bist jetzt ein minarbeiter kommen was alles ich glaube da bist du uns etwas besser geholfen als minarbeiter und da wollte ich eigentlich gerade schlafen gehen was mache ich jetzt wenn ich eigentlich schlafen gehen wollte ich irgendwie rausholen aus dem ganzen emil weiter keine weiteren schlafplatz und vielleicht lagenfall könnte ich auch noch in bauern auch das aussehen es ist aber schön ich glaube ich brauche ernsthaft hier zack und 5 weil nicht dass ich jetzt hier gleich einfach auf dem boot ein schlaf das wäre definitiv nicht das schönste ich weiß du möchtest schlafen sagt hier eingeschlafen ganz schnell gemacht ganz schnell gemacht gerade noch dass es funktioniert wie du kannst gerade nichts machen sowieso schaut also bist du jetzt mal zu einem bauarbeiter so du bist für uns aus ach so moment du bräuchte ich also ja du bräuchte ich wahrscheinlich zum bauern einen hammer okay moment was ist wenn ich jetzt hier über exchange aber du fahrer was ist wenn ich sage hier ein bisschen stein haben wir zu bauen jetzt kann er was machen okay haben wir zumindest mal ein bauarbeiter während wir am schlafen sind darf unser volk für uns ein bisschen arbeiten mit beton auf ein bisschen ja muss noch weiterholen aber es passt und schon erwartet immer recht gefreundlich ab ist irgendwas passiert schmeißt das zeug hier rein und es geht auch noch schlafen ja gut was alles kommen er hat es ja auch verdient er hat es ja auch verdient gerade unsere ganzen rohstoffe sowieso schaut auch komm schon den einträglich den einstein hättest du auch noch raus machen können wo ist man zu hause ist auch nicht so wir haben die quick dich haben jetzt als 9 hier wunderbar ok bitte aufhören zu schlafen dankeschön jetzt müssen wir doch gerne mal gucken ich mal kurz anschauen ihr kollege joachim connor nächste seite kommt in etwas mehr als eine stunde ernsthaft wow ok das ist nicht schlecht wir haben meine wir haben woodcut warrior builder wie wärs denn mit einem weaponsmith kannst du sowas für mich machen wäre das möglich du hast du kannst bisschen was konstruieren ok wenn du jetzt dafür brauchst du auch mal erstmal sachen sowieso schaut beziehungsweise weißt du was weißt du was brauchst du einen farmer warum nicht denn darfst du ein bisschen was an essen zu uns immer her holen so und du guckst immer dass wir auf jeden fall immer zehn steaks da haben und paar was kommt noch alles machen ja du guckst will ist ein bisschen abwechseln hier drin haben zehn an ihm auch mal sagen ich muss davon 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 sind wir hier noch ein bisschen simple ja das sollte eigentlich das soll ich mehr als ausreichend sein so und dann können wir hier sagen wenn die mal fertig ist also wenn die mal fertig ist das dauert auch gerade noch ein bisschen es wäre gut wenn wir die hier auch noch her bekommen könnten du ja dich brauchen wir gerade nicht exchange profession ein artist brauchen wir wieder dankeschön dafür dass ich bekomme es den hammer von dir hier bekomme ich auch dankeschön wir sorgen jetzt ein paar bretter irgendwoher wir haben irgendwoher hallo bretter ich habe gerade gar keine bretter irgendwie zur verfügung wir haben eine küche gebaut und bekommen ein bisschen samen und alles drum und dran warum nicht ordentlich kreien ordentlich kreien bauen was möglichkeit von acht leuten get a pumpkin killer cow or sheep make us do the point können wir schon farm entbauen ernsthaft sind wir soweit dass wir fahren bauen können ok 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 aber zuerst mal brauchen wir hier alles was wir mitnehmen können 15 stück oh das reicht das reicht mal jetzt aus kann man nämlich dann oh hab ich denn ich hab kein stumpfes objekt ausgeweht hier haben wir wunderbar der hammer ist stumpf genug für uns wir haben definitiv ein problem filter einstellen ich möchte hier nur essen drin haben eigentlich den bett 11 warum eigentlich nicht safe so morgensmittel wir sind auf jeden fall hier drinnen warum denn eigentlich nicht und es war schon ok happiness in grüßen fünf sachen bänte plan jetzt wollen es aber ziemlich viel von die war müssen wir uns richtig zusammen machen wir erstmal eine kleine sagt es mir eine kleine drohe noch hin wir haben definitiv platzmangel wir haben sowas von ziemlich viel platzmangel das gibt es gar nicht haben wir denn die chance noch auf ein paar sticks die haben wir auch noch jahr her damit kommt mit noch mal mehr waffen und alles raus bekommen können weil das wäre nämlich schön nicht nur die tusten wichtig sondern auch unsere waffen so wichtig wir müssen uns natürlich auch verteidigen können naja hier können wir es erst ein bisschen ausruhen mal gleich ein bisschen schlafen wobei ich schlafen machen wir nicht schlafen machen wir momentan gar nicht hier halt noch alles selber machen über eine stunde bis wir schlussendlich wieder neuen siedler bekommen ich hoffe mal in der zwischenzeit wenn man noch nicht ganz angriffen wooden job basic material okay equipment das mir besser werden müssen stein werkzeuge bauen um auch schwer dazu kommen mit kupfer und allem drum und dran juhu land ob zeigt da schauen wir mal dass wir auf jeden fall drei stück haben einen dort brauchen wir dafür damit haben wir es was zu viel genommen aber eins kann mir machen als gruppe kraften dankeschön rechtes zu machen ich kann es zu machen ich muss nur stehen bleiben ich muss nur stehen bleiben und mich einfach wie wild im kreis drehen und alles wird gut alles wird gut wunderbar da wäre es vielleicht interessant könnten wir hier vielleicht nicht auch irgendwie eine truhe gleich neben hin bauen ich glaube das mache ich auch habe ich den genug im innen tat habe ich nicht habe ich nicht schade die hier um getauscht dann sowas wie samen kann ich die hier auch rein tun ne ich finde gerade nicht danach aus gerade sagen wenn man da mir ein bisschen aushelfen könnte da wäre ich doch wunderbar mit dabei ich glaube nahrung haben jetzt mehr als genug eigentlich wir haben doch ein jäger abkommandiert art ist okay wo ja und tante nein du bist jetzt ein wenn waffenschmied ein mini was brauchen wir denn du gestern kannst was machen gut karte und meine haben wir art ist gut karte meine art ist und farme brauchen wir nicht bau bei der bauer noch brauchen noch für uns ein bauarbeiter so dann gucken wir noch nebenbei aber vielleicht irgendwo noch was übrig das können wir alles mitnehmen wir brauchen wir brauchen beides im schwachsinn so ein schwachsinn wir brauchen wir brauchen wir brauchen moment weppens miss das brauchen wir auch ganz dringend das ist so gut kater die zwei objekte brauchen auf jeden fall so dass wir nicht sagen können hier direkt daneben können wir nämlich die steine und alles rein machen dann müssen es nicht so weit laufen so ein filter einsetzen für template nummer sieben erzmaterialien ihr habt einmal abspeichern dankeschön dafür neue wissenschaftler vor Ort nicht oh ja lüchen aber auch stein produktion ein query steinhäuser bauen holzhäuser bauen brickstone bauen oh das ist ziemlich viel waschenbälle peer leather rope fiber für richtige betten ich glaube das schlafen wir auch besser ne wir machen erstmal hier query machen wir so nach und nach durch supply also was haben wir noch als hier aha dass wir mehr bekommen milch für käse dass wir eine farm nach und nach aufbauen machen wir das hier mal wir bauen uns nach und nach auf das passt schon das passt schon so was haben wir hier alles drin wir haben hier wir haben ein nahrung bis zum umfallen wir haben jetzt alles verprasseln soweit ach so wir können ja noch ein bisschen was weiteres bauen momentan schon wieder was ist das ist das eine krippel near the rocks ob man kann planks mit stone da können wir uns auch hier ein bisschen besser machen jetzt haben wir noch alles meistern hier können wir haben hier können wir haben das ist das das ist das das ist das das ist das ich glaube das wird doch gar nicht mal so das schlechteste überhaupt nicht not in the free source ist auch komm schon okay was ist denn hier das problem bei dir hier kraft am bitte sind 20 planks jetzt macht er wieder was wie schnell seid denn ihr kollegen wie schnell seid ihr was haben wir jetzt ah jetzt können wir kupferschwerter machen oder wir können das machen noch mal bogenschützen bogen ist doch bestimmt was interessantes damit kann man doch arbeiten quest complete dankeschön habe ich dann ein paar hier gucken wir das mitnehmen sagen wir keinen anderen bauarbeiter haben müssen wir gucken dass wir hier irgendwie zurechtkommen ich bin mein blondes objekt habe ich nicht habe ich nicht hier mein bauarbeiter heim ok dann lassen wir den hammer mal hier drin das kann was mitnehmen so jetzt schon werde vielleicht mal wissen ziemlich schnell unterwegs stelle ich gerade fest 200 wissenschaftspunkte bekommen oder so schön ich sag nicht nein dazu wenn man ein paar wissenschaftspunkte bekommen so ich kann auch immer zwei stück gleichzeit hauen und was ist wenn ich hier drauf auf wenn dann möchte ich schon und eine resource ist jetzt aber nicht mehr genug dann heißt wir gehen mal kurz hier steine pfeile kraft antel sagt man doch mal hier auch 20 so können wir denn hier vielleicht noch natürlich können wir noch machen drei stück von den bögen herstellen da sind wir nämlich auch gut vorbereitet falls nächster angreise was kommt okay normal ist aufgehessen was soll ich sage nicht nein dazu ich sag soweit nicht dann dazu wir gehen mal schlafen vielleicht gerade ihn unterbrochen oder jepp koran haben wir da angehender dass er rechtzeitig schlafen geht das ist natürlich nicht schön ungefähr 39 minuten bis der nächste kommt ich bin jetzt bei 31 ok addiction peace strategie mode oh jeje naughty farmer domestic da kann man ziemlich viele sachen einstellen wovon ich gerade keinen blassen schimmer habe gebe ich ehrlich zu gebe ich ehrlich zu auf dem schmied haben wir noch einen rumstehen farmer ein shepherd kann man sogar auch noch machen aber den baum gerade gar nicht ein schäfer bei schäfer würde ja heißen dass wir in der theorie die farm hätten irgendwo guck mal was wir bekommen können was noch größeres natürlich bei mir das lieben gerne hin warum nicht aber nicht mehr platz mehr leute können gleichzeitig was abbauen das ist doch schon gar nicht mal so schlecht ein feuer können wir auch schon machen vorher wäre auch nicht schlecht für waffen das haben wir schon gemacht meister und brauchen wir noch nicht table for menschen ist damit man kleben das müssen wir schon machen ok 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 guten spikes dekoration ich bräuchte bisserl hier guten door ist ja eine schöne sache aber ich bräuchte eigentlich auch guten wall ich muss das ganze ziehen ok ok was wissen dann griffen wenn wieso dann griffen alle mann bitte raus alle mann raus wir stehen unter angriff nutzt eure möglichkeiten der verteidigung nimmt alles mit was mitnehmen könnt wenn dessen ich habe kein material ok meine leute seid bereit seid bereit der gegner ist da es nur zwei stück die wärmer ziemlich schnell weg bekommen und beides sind tot das finde ich doch recht herrlich was haben sie eigentlich da gehabt oh die haben einen stein ok helm haben sie auch noch da immer immer alles mit immer alles mit dann sind wir nämlich richtig gepimpt sind wir jetzt oh ja es war nur schöne schuhe brauchen wir nur noch ein paar gute schuhe und dann wäre ich alles soweit fit dann wäre es mehr als fit also man sieht nach und nach kommt immer mehr angreifer die uns so ein kleines bisschen ernst leder wollen sonst können wir mitnehmen schon mal schön dass wir zwei sagen gleichzeitig machen können das war zu viels guten fernbogen haben jetzt auch ein bisschen was könnte ich vielleicht priorisierung noch und sowas entsetzen ich weiß ich habe irgendwie zu wenig momentan ich habe definitiv zu wenig wie wäre es denn mit ich möchte immer 40 stück davon haben das wie ich immer 40 davon haben möchte ich glaubt es ist ist gar nicht mal so unrealistisch so ehrlich herrlich zack 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 und wir sind soweit so gut wie saft schon wieder leer schon wieder mitnehmen 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 und hier auch noch ein bisschen was gebaut und auch schon wieder nix mehr ok wir sehen können das kann sich jetzt nur noch um tage handeln wenn es weiter geht deswegen bin ich froh du bist ein farmer der schlafen geht deswegen wäre ich froh wenn ich bald einen neuen hätte wenn ich doch da einen neuen haben könnte habe ich dann vielleicht die möglichkeit ach moment wenn ich hier hin baue komme ich hier vielleicht nicht mehr hin moment hat das hier mal kurz löschen ich möchte erstmal gucken wie weit ich nach hinten überhaupt durchkommen noch danach mitnehmen mitnehmen haben wir denn noch ein holzfäller unser guter holzfäller die der emil die emil wenn ich mir nie verzeihen können es wird noch dauern aber ich werde es dann schon noch intus haben später mal nicht genug ausdauer wie vorhin mal richtig viel aus da haben ich meine wir entwickeln uns ja stetig weiter so ist ja nicht wir entwickeln uns ja stetig weiter so query haben wir gesagt brauchen wir noch hier hinten also es gibt ja was größeres ich meine man kann hier so noch durchlaufen ganz saft ganz saft ich würde mal sagen ja dann machen wir es denn was soll es hier hin passt schon daneben drin kommt noch eine kleine kiste hin sind nämlich alle glücklich mit der welt und zwar hier oben ja das ist in ordnung den kisten wir kommen lassen so ach so haben wir den haben wir denn wenn wir schon mal da sind 24 bretter das heißt auf jeden fall so wie wir noch kriegen können jetzt kommen wir mal kurz hier drin lassen neue ressourcen neue forschung verfügbar jetzt aber schlag auf schlag du okay wo es sind denn unsere hat da oben es müssten da oben ist ein stein drin sein genau die bauen wir auch und ein paar normales dicks brüch noch so viel wie man irgendwie geben könnte auf grad nicht so viel wie es ausschaut da haben wir noch welche bevor wir mit der forschung weitermachen das weiß nicht du und zwar haben wir equipment was nicht du warst es okay stone production wir werden immer besser immer besser sobald wir das hier auch haben ach komm erst hat sich gedacht ich kann das auf einmal machen ja so schnell kann man sich hören nach und nach wird es ja besser wir haben da unten jemanden der nichts fahren kann ein farmer der nichts farmen kann dann mach ich dich zum bauarbeiter mich mal besagen oder doch machen wir dich zum bauarbeiter und smith haben wir jetzt zehn auf zehn haben wir auch jeweils zwei gegenstände davon die müssen wir eigentlich überall auch drin haben wir haben wir auch das heißt nämlich dass du uns jetzt mal aushilfsch nebenbei während wir hier waschen und baden okay kommen wir hin solle dass man mich hier nach und nach ein paar filter reinbauen und sozusagen hier möchte ich eigentlich nur äh werkzeuge haben ok save dankeschön dann möchte ich nämlich auch hier ah naja das kann ich machen nur werkzeug geht hier nicht sagen wir auf jeden fall nur die rohstoffe abspeichern und was kann man hier machen auch noch normale rohstoffe eigentlich essen trinken nein rüstungen dann hier auch template 7 wenn ich gerne wüsste was es wäre das wüsste ich echt gerne Waffen hier haben wir solche Waffen drinnen abspeichern haben wir noch nichts drin okay ich helfe dir ich helfe dir mal kurz ein bisschen mit der könig ist da und klopft ein bisschen mit und das würde auch noch bis in die nächste folge machen bis dato hoffe ich aber viel spaß beim zuschauen und es würde mich freuen wenn das nächste mit sein könnte so macht es gut und wie immer tschüss ja aus Untertitelung des ZDF, 2020